Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Ich gebe es zu, ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Ich hatte euch versprochen, alle Verhütungsmethoden so ein bisschen zu erklären, die es so gibt. Und habe es nach der Kupferspirale, der Hormonspirale und diverse Videos über die Pille so ein bisschen vergessen, die nächsten Kategorien anzusprechen. Das hole ich jetzt nach. Wir waren stehen geblieben beim letzten Mal bei der Kupferspirale. Und ich spreche immer wechselnd, die hormonellen und die nicht hormonellen Verhütungsmethoden vorzustellen. Jetzt sind wir wieder bei einer hormonellen Verhütungsmethoden. Und zwar sprechen wir heute über den Vaginalring oder auch Hormonring oder auch Verhütungsring. Wie der Name schon sagt, ist der Vaginalring ein Ring von ca. 5 cm Durchmesser aus einem ganz elastischen medizinischen Silikon. Und in diesem Ring ist ein Hormondepot, was quasi Hormone an dich abgibt, die dann zu einem Verhütungseffekt führen. Wie das Ganze funktioniert, welche Hormone beteiligt sind, erkläre ich gleich. Es handelt sich bei dem Vaginalring um eine Langzeitverhütung, weil man eben nicht, wie z.B. bei NFP oder auch der Pille, täglich daran denken muss. Sondern man kann den Vaginalring drei Wochen in sich drin belassen, wechselt ihn dann mit einer Woche Pause, wenn man möchte, sodass man dann eine Abbruchblutung bekommt. Und dann benutzt man den neuen Ring, sodass man einen Monat quasi nicht an Verhütung denken muss. Was für viele ein Vorteil ist, aber zu den Vor- und auch vielleicht Nachteilen komme ich gleich noch. Der Vaginalring, wie der Name auch schon sagt, wird in die Vagina eingeführt. Das heißt, die Frau selbst kann sich diesen Vaginalring einsetzen. Dafür, weil er aus weichem Kunststoff ist, kann man den so ein bisschen zusammendrücken und sich dann einführen und eben aufploppen lassen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass man sehr, sehr tief oder sehr weit vorne das macht. Sondern im besten Falle soll er natürlich nicht verrutschen. Das merkt Frau in der Regel. Und er soll auch nicht spürbar sein. Wenn du dich im Alltag bewegst oder auch Sport machst, sollst du ihn eben auch gar nicht spüren. Das kann bei der einen Frau weiter hinten sein und bei der nächsten weiter vorne. Das ist erstmal egal, wo der genau sitzt. Hauptsache, er sitzt gut und sicher und fest, sodass du ihn nicht verlierst. Einmal eingesetzt, gibt er jetzt stetig und sicher seine Hormone ab. Die Hormone kennen wir zum Teil aus der Pille. Das ist einmal ein Östrogen und zwar das Ethinyl-Estradiol. Der Klassiker unter den synthetisch hergestellten Östrogenen und Ethynogestrel. Das ist wiederum ein Gelbkörperhormon. Die Zusammensetzung, wenn man das so pauschalisieren möchte, ähnelt also der der Pille. Auch wenn ich das immer ganz, ganz schlimmer Ausdruck finde, weil es eben so viele Konstellationen bei der Pille gibt. Nicht nur was die hormonellen Konstellationen angeht. Aber ja, wir haben die Östrogene und eben die Geste oder das Gelbkörperhormon an sich, die zu diesem Verhütungseffekt beitragen. Eure Vagina ist nicht aus Plastik. Heißt, auch diese Hormone, ja, landen in eurem System. Aber, und das zeigen Studien und auch Laborwerte, wenn man den Frauen Blut abnimmt in der Peripherie. Das heißt, im System selber sind die Spiegel relativ gesehen niedriger als jetzt zum Beispiel bei der Pille. Denn die Pille, wenn man sie schluckt, ist es ja quasi eine kleine Hormonexplosion in einem drin. Und man hat einen sehr großen Puls an Hormonen, einen sehr großen First-Pass-Effekt in der Leber. Und das ist natürlich etwas, was auch diese Thromboserisiken zum Beispiel bei bestimmten Pillenkonstellationen auslösen kann. Das ist bei diesen lokal anwendbaren hormonellen Verhütungsmitteln immer niedriger. Auch bei der Hormonspirale. Dazu habe ich eben auch schon ein Video gemacht. Also ja, wir haben beide Hormone, die auch in der Pille so drin sind. Ihr wisst Bescheid, nicht genau die. Aber sie werden eben nicht auf einmal abgegeben, sondern peu a peu. Und das Ganze hält drei Wochen mindestens. Hersteller sagen auch, hält auch vier Wochen der Verhütungseffekt. Man kann also theoretisch diesen Vaginalring auch im langen Zyklus nehmen. Heißt ohne Pause. Aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Über die verschiedensten Östrogene und Progesteronogestagene und synthetisch hergestellten Gelbkörperhormone habe ich schon ein Video gemacht, beziehungsweise auch einen Blogbeitrag auf unserer Webseite, wo man sehen kann, welche Wirkung haben die eigentlich? Warum verhüten die? Darauf würde ich jetzt gerne verweisen, um da ein bisschen das abzukürzen, wie das genau funktioniert, warum das Gelbkörperhormon einen Verhütungseffekt hat und das Östrogen eben auch. Könnt ihr gerne mal über die Webseite auf dem Blogartikel gehen, wo ich über die Wirkungen der einzelnen Hormone und auch Nebenwirkungen spreche. Ist das Ding jetzt sicher? Auf diese Frage frage ich immer zurück. Ja, meinen Sie jetzt den Verhütungseffekt oder die Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten? Da ist eben keine Sicherheit gegeben. Da ist tatsächlich nur das Kondom ein sicheres Verhütungsmittel und ein sicheres Mittel gegen sexuell übertragbare Krankheiten. Verhütungstechnisch ist das als sicher einzustufen. 0,65 ist der Pearl Index. Auch auf dem Blogartikel habe ich ausführlich über den Pearl Index berichtet. Also ein sehr sicheres Verhütungsmittel. Wie wird der Ring nun angewandt? Ich habe es eben schon erwähnt. Die Anwenderin kann das natürlich selbst einführen, dass man vielleicht vor dem ersten Mal, wo man das nutzt, sich von der Ärztin oder dem Arzt das einmal zeigen lässt, wie das Ganze funktioniert. Wenn man es jetzt wirklich noch nie gemacht hat oder auch keine Menstruationstasse benutzt oder vorher nie ein Diaphragma benutzt hat, dann kennt man das vielleicht nicht, sich selbst da etwas einzuführen. Die Frauen, die schon mal eine Menstruationstasse etc. benutzt haben, sind da eigentlich relativ gelassen und wissen ungefähr, wo sie das Ganze einzuführen haben und wie sich das anfühlen muss, sich vorher das zeigen zu lassen, ist aber auf jeden Fall ratsam, weil ja eh ein großes Anamnese-Gespräch dazugehört, ob man überhaupt den Vaginalring haben darf oder eben nicht, zwecks Vorerkrankungen, andere Medikamenteneinnahme etc. Wo der genau sitzt, habe ich erklärt, nicht unbedingt wichtig. Hauptsache, du merkst ihn nicht. Wann setzt man ihn ein? Am besten auch am ersten Tag der Periode. Es kann aber auch zwischen Tag 2 und 5 passieren. Die Hersteller sagen, bitte die ersten 7-Tage-Anwendung verhüten zusätzlich. Das ist einfach nur ein Sicherheitskonzept. Ihr alle wisst, dass man quasi während der Periode, wenn es denn auch die Periode ist, schwierig schwanger werden kann. Aber da auch die Hersteller wissen, Masonspotting, eine Zwischenblutung, wird oft fehlinterpretiert als Periode. Man setzt sich dann den Ring ein, ist aber vielleicht eine Eisprungsblutung gewesen und vielleicht sind die Hormone nicht schnell genug und dann kann es trotzdem zu einer Schwangerschaft führen. Deswegen die ersten 7 Tage bitte zusätzlich mit Kondom etc. verhüten. Nach 3 Wochen Liegezeit kann man den Ring wieder entfernen. Dazu kann man auch einfach seine Finger benutzen. Man kann quasi den Ring einhaken in den Finger und herausziehen. Man kann ihn zusammenknautschen und dann entfernen. Das obliegt euch, wie ihr das am besten macht. Es wird oft ähnlich gehandhabt, wie zum Beispiel beim Tampon einführen oder Tasse einführen, dass man ein Bein irgendwo erhöht hat auf dem Rand der Badewanne etc. oder auf das Klodeckel, dass man da einfach ein bisschen besser herankommt. Aber ihr müsst euch da wohlfühlen. Viele machen es einfach unter der Dusche. Da müsst ihr gucken, wie ihr da am besten zurechtkommt. Dann kann man den verwerfen und eine Woche eine Pause machen. Da kriegt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit in den ersten 1-2 Tagen eure Abbruchblutung. Durch diese Hormonentzugsblutung gehen die Spiralarterien jetzt zugrunde und lassen eben die Schleimhaut, die da wenig wahrscheinlich aufgebaut ist, abbluten. Sodass das Blutungsmuster relativ gering ist. Man hat wenig Volumen an Blutung und auch von den Schmerzen her die Intensität wenig ist und es gut getimt werden kann. Was auch gleich auf die Vorteilsliste so ein bisschen zu packen ist. Viele Frauen mit Blutungsschwierigkeiten etc. sind da ganz happy, dass sie es jetzt gut steuern können und dass es nicht so extrem ist. Ich habe es schon vorhin erwähnt, theoretisch nach Absprache mit eurer Gynäkologin dürft ihr den Ring auch im Langzeitverhütungsmuster wählen. Das ist off-label. Das heißt, es ist so nicht zugelassen. Ganz ausnahmsweise zum Beispiel mache ich das bei Endometriose-Patienten, die eine tief infiltrierende Endometriose auch am Darm haben. Denn diese lokal abgegebenen Hormone können da manchmal wirklich was Gutes bewirken und da möchte man natürlich nicht in so eine Abbruchblutung oder Entzugsblutung kommen, sodass man das auch im langen Zyklus machen kann. Nur nach Absprache mit euren Ärztinnen und Ärzten da draußen bitte. Großer Disclaimer. Das kann man nicht auf eigene Faust einfach so machen, weil es keine Daten dazu gibt. Was mache ich denn eigentlich, wenn der verrutscht ist, rausgefallen ist oder beim Sex irgendwie rausgeflutscht ist? Keine Panik. Bis zu drei Stunden gibt der Hersteller Garantie, dass nichts passiert. Darüber hinaus muss dann wieder zusätzlich verhütet werden. Wenn ihr also beim Sex zum Beispiel merkt, der verrutscht irgendwie, dann kann man den auch wieder einfach säubern und wieder einführen. Ja, es funktioniert beim Sex. Dadurch, dass das so ein Ringsystem ist, merkt er mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts von dem Ring. Je nach Lage und seiner Ausstattung kommt er vielleicht auch gar nicht da dran, sodass das wunderbar möglich ist. Sogar eine vaginale Untersuchung bei uns Gynäkologen ist unter Umständen auch mit einliegendem Ring möglich, je nach Lage. Ich habe das schon sehr oft gemacht, aber wenn das schwierig ist, dann kann man den Ring auch kurz entnehmen. Und wie gesagt, bis zu drei Stunden hat man da ohne Bedenken Zeit. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was von den Wirkungen gehört. Welche Nebenwirkungen kann denn der Vaginalring haben? Ja, natürlich. Auch das ist ein Medikament, ein hormonelles Medikament, was Wirkprofil und eben Nebenwirkungsprofil hat. Und die gleichen sich quasi an, an die der Pille. Und da habe ich auch auf meinem Blogartikel schon einiges zu geschrieben. Ganz kurz, Kopfschmerzen, Brustspannen, ein Vaginitis, heißt eine Entzündung der Vagina, kann natürlich sein. Es kann ein trockenes Gefühl auch in der Vagina passieren, dadurch, dass da diese Hormone lokale abgegeben werden. Es kann sein, dass man mit Depressionen zu kämpfen hat. Es kann sein, dass man Zwischenblutungen hat. Und es kann auch sein, dass man einen Libidoverlust hat. Zum Thema Libidoverlust gibt es auf meinem Instagram-Kanal einen Beitrag, und auch hier auf YouTube meine ich, genau, wo ihr seht, wie sich denn diese Hormone eigentlich auf die Libido, also die Lust, auch auswirken können. Also alles, was mit Hormonen zu tun hat, die man sich irgendwie extern entweder schluckt oder einführt, können natürlich diese Symptome machen. Das muss besprochen werden und das muss im Auge behalten werden. Kommen wir mal so ein bisschen zu den Vor- und Nachteilen, was das Ganze mit sich bringt, ohne das bewerten zu wollen. Ihr kennt mich, ich bin da einfach super neutral und erzählt jetzt einfach, welche Vorteile und welche Nachteile eben auf der Hand liegen. Fangen wir mal, wie in der Schule gelernt, erst mal mit dem Positiven an. Es ist eine Langzeitverhütung. Das heißt, für viele ist es natürlich schön, nur einmal pro Monat an Verhütung denken zu müssen. Und das nur, wenn ich dann den Ring wechseln muss. Die Hormone werden stetig abgegeben. Man hat nicht diese Hormonspitzen wie bei anderen hormonellen Verhütungspräparaten, weshalb auch das Thromboserisiko und andere Lebereffekte zum Beispiel geringer einzustufen sind, dadurch, dass dieser hohe First-Pass-Effekt bei der Leber wegfällt. Man ist unabhängig von irgendwelchen Durchfallerkrankungen oder auch Erbrechen, wie zum Beispiel bei der Pille. Pille geschluckt, zwei Stunden später erbrochen. Keiner weiß so richtig, ob die Pille sich schon gut aufgelöst hat und die Wirkung entfaltet. Davon ist das quasi das System abgekapselt, weil es eben lokal liegt und eben nicht bei Durchfall oder auch Erbrechen ausgeschieden werden kann. Vorsicht bei Medikamenten, die man zusätzlich einnimmt. Deswegen auch ganz wichtig, das Ärztinnen- und Arztgespräch vorher. Da kann es natürlich Wechselwirkungen geben. Man hat auch eine gute Zykluskontrolle. Blutungsmuster ist weniger. Schmerzen in der Regel auch weniger. Weniger Blut. Insgesamt sind da die Anwenderinnen relativ zufrieden, was das Zyklusmuster und das Blutungsmuster angeht. Nachteileliste hatten wir eben auch schon zu groben Teilen ein bisschen aufgelistet. Klar, man führt sich einen Fremdkörper ein. Das kann zu Reizungen führen. Die Vaginitis haben wir angesprochen. Das Cervix-Schleimmuster kann sich verändern, dass es weniger wird. Man kann ein trockeneres Gefühl haben. Die Nebenwirkungen, die ganze Palette, die wir jetzt nur so grob beleuchtet haben, muss natürlich auf die Nachteile des Designs sein. Es ist ein Medikament, was man sich lokal einlegt, was quasi wie eine Art Hormontherapie wirkt und ist deswegen auch nicht für jede Frau geeignet. Vor allen Dingen, ganz wichtig, Vorerkrankungen, Medikamente, Anamnese beleuchten als Ärztin oder auch als Arzt, damit man überhaupt gucken kann, funktioniert das mit dem Vaginalring oder tue ich dieser gesunden Frau vielleicht Schaden an, indem ich da ein hormonelles Präparat ihr verschreibe. Ganz kurz noch zu den Kosten. Es ist immer ein bisschen schwierig, über die Kosten zu sprechen, weil die variieren so stark. Man kann sich vorstellen, dass es ungefähr 20 bis 30 Euro sind pro Ring, also pro Monat. Und damit liegt es auch in der günstigeren Variante, was die Verhütung angeht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ganz umfänglich kann man hier natürlich nicht berichten, aber ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir abgesteckt und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über den Vaginalhormonring. Wenn ihr da mehr Fragen habt, sprecht bitte eure GynäkologInnen an, damit ihr da auch gut aufgeklärt werdet. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Horidou. Horidou habe ich noch nie gesagt. Horidou. Ich sage jetzt immer Horidou. Tschüss. Horidou. Horidou.